und CLS AMD Gaming Level 4 PC ist sehr gut geeignet für neueste und schnelleste Spiele. Er hat auch eine schnellere SSD-Festplatte. Er hat oben USB 3.0 Anschluss, 2x USB 2.0, Mikrofon, Sound und ESRT Anschluss. Er hat Front All-in-One-Karte-Lesegräte und USB-Anschluss. Er hat 1TB SATR3-Festplatte. Zusätzlich hat er auch noch 120GB Samsung SSD-Festplatte. Er hat 8GB DDR3-RAM. Eine schnellere AMD-Prozessor. Eine Radeon R9 270 Gaming-Grafikkarte. 750W Netzteil. Er hat auch ausreichende Erweiterungsmöglichkeiten. Rückseite hat er 6x PS2-Anschlüsse, 6x USB 2.0, 6x USB 3.0, Gigabit LAN, 7.1 Sound, DisplayPort, HDMI, D4U-Anschluss. Er hat Betriebssystem mit allem Treiber und neuesten Updates. Er ist sofort stadtbereit. Er hat 2 Jahre Vollgarantie und 3 Jahre lang Service. Wir haben eigene Werkstatt. Wir bieten auch Express-Service und Vor-Ort-Service. Sie haben auch Möglichkeiten, Ihre Konfiguration selbst zu stehmen. Seit 21 Jahren CLS ist Ihr Partner.